Arrercationznere Leute und was geht so, da wies wieder euer Kurser LP Und willkommen zur nächsten Aufnahme-Session Von Dishonored Mit diesem Zero-Doll, der aussieht wie deine Mutter Okay Okay NEIN FahrApp an wir some das Says ich Wohros alles gut grey Alter Was tun wir das gerademaya so wie ich die letzte aufnahme komplett und nur gefehlt habe aha ja sicher ja spitze ja okay jetzt geht es auch mal weiter so gehen wir hier auf um hier eine bessere übersicht zu bekommen und diesmal lassen wir uns nicht verarschen durch den typen da ok da kann ich mich noch erinnern da gab es ein paar leidigkeiten ok so ich muss jetzt sehr stark überlegen tut mir leid dass ich etwas abweißen da bin aber ist halt so müssen wir doch verarschen ok naja ich muss sich sehr aufpassen bei so etwas das ist ja ja korrekt das geht eh schon scheiße das ist ja richtig brutal das gehen jetzt geworden aber wir uns nicht weiter ab abhalten und zocken wir weiter da geht nicht bis das teil hier seine wunde gemacht hat dann kann ich erst weiter ich kann das ja auch nicht zerstören oder so etwas nein nein so geht es nicht denn moment ich muss kurz mikrofon etwas besser ausrichten ja das ist geil sehr gut ach genau die werden jetzt zu staub zerfallen sehr sehr nice für mich ok ok wie ist die lage ok keine anspielung auf mehreren youtuber machen ok das ist nicht er ein lücken nicht er muss nach da oben kommen ok eine runde zurück da ist eigentlich gar nichts sehr lustig ja wow ok aufpassen ok ficken so ich weiß was sie tun von teleporter machen bist du bekloppt oder was ist los so sehr gut sehr gut jawohl jetzt das ist jetzt auch speichern als speichern wert sehr gut und trinkst du ein monster einen grünen monster hmmm obwohl der blaue schmeckt auch sehr gut und der special gelbe alter aha So, ich doch mal Okay, sehr gut So, gib Nur scheiße So So So, gibst du den? Sehr gut So Ist eh da oben Was ist denn da? Wow Braucht Zeit So Die haben gar nichts Ups Kann ich Glaube eh Hat er jetzt einen Abwasserkanal? Schauen wir mal Ob es Abwasserkanal Alles gibt's Alles schönes Und Und Schwupp Okay Sehr gut Sehr gut Und jetzt Ist ja so Top Secret Top Secret Top Secret So Jetzt gehen wir da hoch Aha Wow Wow Sehr gut Sehr gut Ich erbürge ihm am besten Alles durch Alles durch So Aha Das heißt ich habe zwei Wege die ich lang gehen kann Gut Gut aber Zuerst gehen wir zur Strandzeit Tigger Eingang Damit hoffentlich nicht zu Däumen Perfekt So 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 Dann gehen wir wieder da 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 Und Wenn wir es so Top Secret machen Bis die nicht noch mal merken Wovor Dann hinten ist Ja das machen wir natürlich Ein bisschen Horvoo Wow Oh Scheiße Fuck Okay Aber ich hoffe es hat noch fair gespeichert Sehr Oder Doch es hat gespeichert Sehr gut Sehr sehr nice Ich muss sorgfältig umgehen Weil es ist wirklich sehr brutal geworden Ich hoffe da kommt er damit ich ihn Hinden auf die Fresse hauen kann Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Schnell da lang Da kann ich ihn nichts mehr holen Wow Deine gibca Ich